hallo das sind wir wieder das ist gefährlich jawohl aber wir wollten sowieso hier unter dem wir müssen holz holen und das machen wir am besten welches holz hunderten was dieses holz gab ich am besten geeignet für das was ich jetzt vorhaben alles klar also fallen wir erst mal ein paar bäume von diesen da und danach gucken wir mal wissen mich noch gar nicht wie das da aussieht seid ihr eigentlich für gardens so gemüsegarten das sind gemüsegarten natürlich auch gut zu haben oder gut wenn wir welche da haben von dem zeug und gemüse wir werden uns aber ganz gesund von sandwiches ernähren erst mal blöde schwein und das war hier das sind ja die anderen bäumchen die fleisch gut so sonst nur euch hier wieder ein hallo habe ich sie ja schon da habe ich sie ja schon plop 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 und so so wie viel haben wir denn 19 könnte reichen noch eins kommt so und zwar machen wir unser leck hier noch mal eins raus hier oben runterfall bin ich tot so plops dann muss ich jetzt mal ganz kurz gucken wenn so und in der mitte ok die reichen recht glaube ich überhaupt nicht so denn so muss noch mal eins raus tatsächlich ich gerade kann ich hier ich kann hier drüberspringen tatsächlich vielleicht kann ich mir runterfallen könnte hier rein theoretisch drüberspringen aber das wollen wir ja nicht so aber ich muss tatsächlich noch mal eins nach draußen weil jetzt nicht geil muss ich gar nicht doch muss ich so genau und hier kann er dann von mir aus ähm dann hausmauer entstehen da ist auch so ein rock shit creeper wollen wir uns mal mit so einem rocket creeper anlegen sollten wir das mal weg wir haben keine zähne mehr der nächste liegt ah ne da haben wir okay so dann kann man hier nochmal eine fackel hin und hier nochmal eine fackel hin und schon ist hier alles schön ausgeleuchtet und ich würde sagen wir gucken uns jetzt mal diesen rocket creeper an hier 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 woher Fliegeinsel, da ist eine Baby-Spider. Das heißt, dann muss da irgendwo die Mutti auch sein. Ich glaube, ich gehe jetzt einfach mal schlafen. Plopp. Oh, nö. Was mache ich denn? Was mache ich denn? Was tue ich denn? Warum tue ich da sowas? Warum drücke ich da einfach drauf? Jetzt öffnet sich doch Photoshop. Was soll das? Was soll das? So. Okay, wir können jetzt hier nicht mehr runterfallen. Und jetzt hätte ich vorgehabt, hier nochmal so eine Brüstung runterzumachen. Schon wieder so ein Rocket-Creeper. Gucken wir uns nochmal an, was der so kann. Also, er ist richtig schnell. Tja. Okay. Es gibt noch andere Creeper. Es gibt einen gelben und einen roten und den normalen grünen. Grün. Ich bin mir nicht sicher. Guck mal, da warten wir noch, bis wir da unten was machen. Wir sollten hier oben langsamer beginnen mit dem Haus. Und zwar folgenden. Oh, guck mal. Glas. Hier ist es. Das wird jetzt wieder in Arschvoll Arbeit. Und ich weiß gar nicht, ob ich das mit diesem da machen will. Doch will ich. So, und zwar es geht sogar. Es geht sogar von dem Arbeiten hier. relativ flott. Genau. Hier kommt dann nämlich dann die Stufen hin. Und von dort aus wird sich dann das Haus nach oben hin erweitern. so. Zack. Zack. was mache ich denn eigentlich mit dem birds nest es ist weg keine ahnung was ich damit mache auf jeden fall ist es geschichte ja wir brauchen noch mehr holz also gibt es gar nichts zu überlegen wir holen uns noch mehr holz womit diese bäume überhaupt nicht gefallen denn gefühlt bringen sie weniger holz als die normalen bäume oder besser gesagt beim aufwand ist gleich zu groß die zu fällen habe ich auch eins drauf gefallen da haben wir normale bäume ich werde hier nicht einfach blöd von der seite angerümpelt ja sollen sie sich merken die ziegen sehr schön aber wieder richtig viel eisen ernsthaft bist fähig alter das ist geil dass man hier einfach so ein oberirdisches eisen vorkommen hat was gar nicht mehr so schlecht ist ja also da spart man sich schon wirklich den gang in die tiefe wenn man einfach nur so ein ding findet 20 eisen drin easy so haben wir wieder so ein turm gut hähne gut hähne dir oh na da guck mal einer an eine schlucht haben wir da auch noch so wenn wir machen diese bäume hier mehr freude gerade als die schlucht aller diese längen vielleicht schlecht dann doch einfach nur die ender distanz ein bisschen kleiner so und hops hops und hops hopp und hopp und hopp hopp und hopp das hier in den hellen bäumen auch was mitnehmen hier nehmen wir uns auch ein paar mit das ist bestimmt ganz gut so ach Gott, jetzt bin alle so, geh weg hier bumms, bumms dich, bumms dich, schwupp dich wupp dich weg so bumms, bumms, bumms dann den Baum so ah ne da fäll ich nur unten weg diese Lags ab und zu ich glaub das kann auch was mit der Karte zu tun haben wenn die Karte jetzt wieder reinzoomt und rauszoomt oben die Minimap oder wenn ich jetzt hier da haben sie jetzt mal reingezoomt zack, geh da raus dass das irgendwie damit was zu tun haben kann was ist denn da Bird's Nest was mach ich denn damit weg hmm ja ein bisschen Holz sammeln wir noch ein bisschen Holz sammeln wir noch hm hm brauch mal ein bisschen was zumindest ich mach hier mal Photoshop zu so und den nehmen wir noch mit naja jetzt ist Photoshop aufgegangen mach zu die Scheiße so so und hops und hops und ja jetzt gehen wir mal zurück oder hopp und hopp und links rechts hoch hoch links rechts hoch hoch und mit nem sprint der mit nem lag endet gehen wir da wieder hin ich frage mich ja warum wenn die waypoints nicht funktionieren ja warum habe ich dann eigentlich die minimap noch drin ist die Frage der Fragen ich glaube ich habe die minimap raus denn die macht keinen Sinn wir gehen jetzt erst mal schlafen und dann beginnen wir mit dem Ausbau des Hauses indem wir hier das machen das plops so und hier machen wir das über die komplette Seite ah schiat tschüss da habe ich nur noch vier das ist nicht so viel glatt will ich bis da hinten das heißt so das kommt schon so schauen wir bis ganz nach hinten zack da dann den Rest gucken wir dann dann nehmen wir den polished an der Seite gucken wir mal wie das dann von unten aussieht wenn wir das hier rein ok leute das war haarscharf ich ess mal die meine goldäpfel so ich würde sagen wir sehen uns in der nächsten Folge wieder ich werde hier nochmal ganz kurz hier in diesem Eck den Stein reinsetzen und mir das mal von unten angucken und ich kann sagen ja ich habe keine Ahnung wie das aussehen wird deswegen sehen wir uns in der nächsten Folge wieder tschüss 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 tschüss